Brevilliers Kretakolor – A Passion for Pencils Carmina sind wasserfeste, farbintensive Künstlerstifte in 72 harmonisch aufeinander abgestimmten Farbtönen. Die Künstlerstifte eignen sich hervorragend für schnelle Skizzen und Umrisszeichnungen. Leicht fließende Linien wie beispielsweise Schraffuren lassen sich durch den gleichmäßigen Abrieb der Stifte erzeugen. Mit der Stiftspitze können hervorragend Details ausgearbeitet werden. Natürlich lassen sich die Stifte für feine Farbübergänge und Zwischentöne ausgezeichnet mischen und mit anderen Materialien wie zum Beispiel Sepia oder Kohle kombinieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.